Oh, ich wisst euch, ich bin sowas von krass. Im Krieg mit dir Dreckschure. Mathematik, ich weiß nicht, wie die Aufgabe gehen soll. Oh, ich bin doch nicht dumm, oder bin ich toll? Stechometrie, Alter, fick dich ins Knie. Geometrie verstehe ich nie. Wie soll ich das berechnen mit der fucking Wahrscheinlichkeit? Das ist doch wirklich was, was hier keinen Schwanz peilt. Oh Mann, Janine, wir müssen uns fokussieren. Wirklich. Also, morgen Mathearbeit. Wir müssen es jetzt mal hier raffen, Leute. Okay, 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 warte, pass auf, pass auf. F von X ist gleich 4 M plus 4 fünftel Y. Okay. So, ach, aber was kommt da jetzt raus? Warte, ich schau, warte, hier steht, es muss rauskommen 2. Aber alter, das kommt nicht hin. Aber es muss hinkommen. Mama, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo irgendwas irgendwo hinkommen muss. Wisst ihr, wo wirklich es hinkommen muss? Zu den Live-Shows von Chaos Royale.